Ja wir sind heute auf dem MrBeast Server und werden hier MrBeast auseinandernehmen. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, bei euch auch zu machen, wollt ihr ein paar zwei, lasst gerne jetzt doch mal alle liken und abonniert den Kanal. Paulaner Garten, wo ist er, wo sind die Hacker, schreib mal rein. Hallo, mal sehen wir Antworten, Bastian, ja wo ist MrBeast, das frage ich mich auch. Wo sind denn alle? Auf den Server. Was ist denn das hier? Hier ist ein riesen Mann, okay dann gehen wir direkt hin. Wir gehen weiter nach vorne, ich bin gespannt, was hier noch passieren wird. Was soll ich denn da rüber? Keiner hat gar nicht mal rauf, oder? Doch hier vorne ist ein Stein, okay, hopp, hier ist alles auseinander. Das steht einfach, steht da im Himmel, I love you? Ja das steht wirklich, I love you. Okay das ist ja möglich, würde ich mal sagen. Aber warum ist hier alles voll mit Stein und warum sind die ganzen Himmeldinger kaputt? Wer war das? Wer gibt sich die Mühe, um das, das zu bauen? Ja, wir reden von das. Ja, hat nicht ernsthaft einer mit, ob sie da eine Brücke gebaut hat. Nochmal das. Okay wir folgen einfach mal die Brücke, Freunde, lasst aber alle ein Like da und abonniert den Kanal, wenn ich da durchstehen soll. Oh je. Ist irgendwas? Okay hier ist nichts. Ey, ich dachte ich mich frage, woher soll ich ein Schwert bekommen, weil sobald ich etwas abbaue, geht es weg. Also for real, es geht einfach weg, kann man auch gar keine Sachen farmen oder so, glaube ich, weil, ja, weil, ja, hier Buch, es gibt kein Buch, es gibt gar nichts, du kannst hier gar nichts bauen. Und ich frage mich einfach nur, wieso spielen hier noch 50 Leute drauf? Und wieso ist hier immer noch ein Wisch-Alpha-Stein drauf? Oh, ich bin was dickes auf der Spur. Hier ist die ganze, ob sie dann da vorne ist irgendein Raumschiff oder eine Base, keine Ahnung was sein soll. Ich sag euch eigentlich, dass sie sehr creepy da unten... Nein! Oh mein Gott, ich bin nicht ernsthaft, der ist runtergefallen. Nein! Oh mein Gott, das war... Oh mein Gott, Bro! Oh nein! Ich baue Steine, ich baue Steine. Ich muss da oben wieder hin. Ich habe jetzt 30 Blöcke! Oha! Okay, da... Okay, okay, Freunde, wir kommen da oben. Und ich bin da oben. Let's go! Okay! Wow, was ist denn hier los? Wer hat denn diese ganzen Portale gebaut? Da kann ja gar nicht durchgehen ohne... Okay, okay, egal, wir gehen da oben. Hier sind auch, ob sie dann Treppen. Auch richtig krass. Ey, hier müssen ja Leute wirklich so viel gefarmt haben, dass sie das wirklich auf Ernst gebaut haben. Rein theoretisch haben wir dann ein Schwert. Aber ich habe so wenig Leben, da würde ich mich auseinander nehmen. Was ist das denn hier? Ne, das ist auch... Oder ist das Opsidan? Da ist doch jetzt kein Portal unter mir, oder? Das Wasser. Ja, okay, das Wasser ist. Wie komme ich da hin? Ja. Oh mein Gott. Okay. Ooooooh! Könnt man gerne in die Kommentare schreiben, wie kurios das ist, dass alles voll mit Melonen ist. What the heck? Ist halt alles voll mit Melonen. Das ist doch nicht mehr normal. Hier ist Opsidan. Ey, die haben überall Opsidan. Oh, da vorne. Dann sollen wir den einfach angreifen, sag mich ehrlich. Was? Okay, ich würde mal sagen, ich suche jetzt hier ein Dorf auf dem Server. Ich glaube, ich werde hier nie ein Dorf finden, gefühlt. Aber ich werde jetzt hier ein Dorf suchen. Wir sehen uns, sobald ich ein Dorf finde, oder irgendwas Kuriose passiert. Aussehen kommt bis gleich. Wer das Schild hier findet, proxys.de, schickt mir ein Foto über Instagram. Hier sind wo Eyes, hier ist alles mögliche. Bekommt von mir ein Fünfer. Oh komm, das ist ein Fünfer, Zehner. Wer das findet, bekommt von mir ein Zehner. Schickt mir ein Foto über Instagram, Discord, keine Ahnung wo. Einfach so ein Foto, dass ihr das habt mit euren Skin, aber ein bisschen so ein Foto, dass ihr das real ist. Und rein gephotoshoppt und der Gewinner bekommt 10 Euro von mir. Ich bin gespannt. Dann tschau! Hallöchen! Ja, was willst du denn? Warum bist du denn auf dem SAB-Server? Äh, ich habe gehört, hier sind coole Geheimnisse. Weißt du, welche Geheimnisse es sind? Äh, ja, weiß jetzt nicht so. Aber, äh, wenn du willst, können wir deine Folge zeigen. Dann zeige ich dir die Geheimnisse. Äh, wie? Du willst mir die Geheimnisse zeigen? Ja, genau mit dem Boot, wo ich gerade drauf stehe. Und damit werden wir dann die Geheimnisse entdecken. Äh, was müssen wir dafür schaffen? Ja, sagen wir so. Alle müssen darauf Bock haben. Und dann machen wir das. Okay, okay, Herr Scharf, machen wir. Komm, aber wir haben dann Rüstung. Oh mein Gott. Meta! Meta! Nein! Nein! Na, ach, Mann! Ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Das war's heute von diesem Video. Minecraft? MrBeastensee? Falls es euch gefällt das, gerne alle noch mal ein Like da, abonniert den Kanal. Und ihr wisst doch, schreibt mal gerne die Kommentare rein. Wollt ihr Part 2? Denn Herr Scharf verrät euch die Geheimnisse. Aber ich muss aber Herr Scharf wieder finden. Aussehen gut, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Ich würde mal sagen, tschüss mit Ö.